ja ja die denken wirklich wir werden verzankt genau die komplette habe ich auch gelesen ja da sind alle voll drauf reingefallen ja genau die denken tatsächlich das wird ja die kamera läuft der rösti martor von der burgerista ich habe den rösti martor 9 40 gezahlt und es ist ja offensichtlich auf was dieser rösti martor anspielt auf einen bekannten burger von einer bekannten burgerkette die im januar oder im februar immer einen rösti burger rausbringt das ist der rösti martor von der burgerista also die präsentation ist auf jeden fall mal der hammer und es schaut so aus als hätte die burgerista zugehört und hat die patties größer gemacht der letzte patty der ist so ein bisschen auf dem brötchen verschwunden irgendwie der bun ist gut aber er wirkt fast ein bisschen zu groß das verhältnis von bun zu fleisch stimmt nicht ganz meiner meinung nach könnten wir ein bisschen besser machen ach ja gleich die info an euch ich kann halt wieder nicht springen bin in einem parkhaus deswegen fahren ja auch ständig autos vorbei wahrscheinlich und neben mir ist eine wand und da komme ich schlecht rein und schlecht raus und ja das nächste mal vielleicht wieder wir haben einen sesambun darunter verbirgt sich eine soße aus mayo und ketchup vielleicht ein rösti tala zweimal bacon und große bacon streifen danke dafür burgerista käse der beef patty und unten röstzwiebeln und ich glaube eine käsesauce rein gehauen das fleisch ist so geil der rösti ist so geil das passt alles so wunderbar zusammen fast ein bisschen wenig soße vielleicht aber ich möchte nicht zu viel verraten wir machen es wie immer ich esse das teil auf und nach dem speedup gibt es die bewertung kommen wir zur bewertung der restimator bekommt von mir fünf bärze leute das ist ein abgefahrenes teil 9 euro und 40 ist ein stolzer preis aber wie ich schon in dem ersten bergeröster video sage es ist regionales fleisch es ist jeden tag frisch durch gewollt es passt einfach alles ich hätte mir ein bisschen mehr soße gewünscht das war fast ein bisschen zu wenig weil die röstzwiebeln das ja alles so aufsaugen aber alles in allem ist es echt ein geiles ding wahnsinn da kann der big rösti echt einpacken das teil ist der absolute oberhammer wenn ihr die möglichkeit habt zur bergeröster zu fahren fahrt hin holt euch ein perfektes teil ja leute das war es auch wieder von meiner seite wir sehen uns das nächste mal wieder wenn ihr mögt dann mal bis dann mal stay hungry